und zwar haben wir ein fertigkeitspunkt was und was ist das denn hier zum beispiel vorahnung der erkennst wenn etwas nicht stimmt alles was du dafür tun muss ist ein weg auf einige stellen in der zelle werfen um festzustellen ob da etwas versteckt ist oder wir könnten hier nochmal knüppelkenntnisse erhöhen erhöht den schaden von knüppeln erhöht den schutz der spieler reduziert die wahrscheinlichkeit ertappt zu werden wir machen erst mal hier das hier wir machen erst mal vorahnung ok wo kriegen wir cookies ja leute wenn es einer weiß im chat schreibt es ruhig rein dann glaube ich dahin und um die cookies ihr dürft spoilern wenn ihr wollt ich möchte doch nun diese cookies hier abliefern ok leute wir haben schon wieder einführung eines insassen ok leute wir bekommen wir bekommen wir bekommen wieder zuwachs wer ist das hier eivin so prüfen wir mal kurz die dokumente von eivin funktioniert alles klar name passt auch glaube ich das sieht man schon auf den ersten blick und die nummer sollte auch passen eigentlich ich gehe da trotzdem noch mal drauf weißt du manchmal keine ahnung was hier teilt das vielleicht doch noch mal ein fehler alles klärchen ich will den aber auf jeden fall noch mal durchsuchen vorher ok der hat nichts dann können wir das absegnen herzlich willkommen in unser wunderschön gefängnis eivin was ist denn das achso risotto mhm ja sieht gut aus hier haben wir noch ein verdächtiges buch lady of the earnings das sieht auch gut aus ne ist da jetzt glaube ich nichts versteckt hier keine nadeln nix sehr schön und was haben wir hier noch ok saft nun das lecker da ist auch nichts drin alter sehr vorbildlich sehr sehr vorbildlich jetzt durchsuchen wir die noch mal hier die nase ja ich will ich will aber ich glaube ich kann nicht ich glaube ich kann die nicht umbenennen oder haben wir es jetzt ich glaube ja ach so gegenstände vom regal zu eivin ach hier das ist das normale willkommenspaket bitteschön hast günter kater ja dann los abmarsch ich glaube ich kann die nicht umbenennen ich weiß auch nicht ob die bei unserem blog b landen oder woanders eine küche gibt es ja in der küche aber da ist doch nichts hallo hallo falken grüß dich mein lieber spanier aber in der küche war schon da habe ich keine cookies gefunden oder ich habe mich richtig geguckt der sieht aus dem metal car wie kann man hier heute ficken alter das hat er nicht wirklich gesagt das passt alles das passt auch ausweis nummer heute auch passen passt sie schon kriegt auch mal ein stempel dann durchsuchen wir hier einmal das ding die haben alle dieses buch scheint gerade im bestseller zu sein oder hallo kek moin grüß dich wie geht es scheint bestseller zu sein dieses epische oha was eben meine alten entzündeten schwächtigen augen hier so geht es natürlich nicht mehr so geht es natürlich nicht mal hier noch nur bonbons das passt soweit glaube ich ich weiß es nicht na das hier auch gut aus schleimig aber in ordnung dann durchsuchen wir die noch mal wurde scheint sehr aggressiv zu sein er ist sehr aggressiv so next place der nächste bitte wer mich doch heute noch ins gefängnis wir haben noch ein paar plätze frei so dass der letzte jetzt ne guck mal wir haben nur noch ein paket das ganze lieben mit idioten guck mal der sehr aggressiv hier der dud wie sieht er aus aha alles klar können wir eigentlich schon mal direkt auf ablehnen und jetzt was mache ich jetzt naja ich weiß nicht wo der jetzt hinkommt die fingerabdrücke haben nicht gestimmt hallo gamer moin wie geht's wie steht's herzlich willkommen der gamer lässt direkt ein follow da so muss das sein freunde so muss das ein gamer vielen vielen dank für den epischen epischen follow the katie of the lady of the learnings von einem dulkin ist so der cousin vom tolkien herr der ringe wahrscheinlich schon wahrscheinlich schon immer viel dank dem follow herz und willkommen auch noch mal was ist los was zum teufel ist noch mal passiert deine wortfeier auf du kleiner scheißer alter ich habe gerade eine ganze rebellion niedergeschlagen es brennt im gefängnis du musst dich darum kümmern bringe deinen arsch schnell zum unfallort alles klar okay wir müssen schnell zum feuer oh mein gott oh mein oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott wo brennt denn hier hier vorne irgendwo leute ich habe gar keine feuerlöcher oder oha wer hat denn das angezündet auf der krankenstation brennt kaffeebecher auf der krankenstation brennt wir versuchen gerade den knast zu retten hier ich bin knastwerter herzlich willkommen ihr könnt übrigens auch auf youtube nachgucken da sind die alten folgen noch ne also ich lade alles auf youtube hoch in bester qualität fast 4k sind nur 2k da könnt ihr auch noch mal schauen weil sie eine folge verpasst haben die streams sind ja doch recht früh das schafft man ja nicht immer so okay das haben wir wir brauchen immer noch diese verdammten cookies wir brauchen immer noch diese verdammten cookies in der dusche werden wir keinen keks finden oder ich weiß es nicht vielleicht ja vielleicht nein ich sag euch da ich sag karamellkuchen das ist das die haben das falsch übersetzt ich glaube das sind die hier wir kaufen davon jetzt der hat nur acht cookies drin der hat nur acht wir brauchen zehn wir brauchen zehn cookies ich glaube das sind die ich schwöre es euch das ist einfach nur eine scheiß übersetzung ich kaufte jetzt so acht stück oder nehmen wir nachher noch mal zwei mit hallo meli grüß dich wie geht's im krankenzimmer warum sollen denn im krankenzimmer kekse sein wir waren doch gerade im krankenzimmer oder ich meine ich kann da noch mal nachschauen station ach hier vielleicht nee hier gibt es aber tolle sachen bandagen hin zur fiebersenkung spritzen hinfülle gelenkschmerzen vitamine herzpillen und schmerzmittel also die können hier noch richtig viel rausholen aus dem aus dem game na ja schade schade hat nicht funktioniert so die zehn cookies ja so eine kacke haben wir nicht haben wir leider nicht und kleine räume gut wir gehen mal wieder trainieren wir sind der stärkste knast eigentlich sind wir der schwächste aber hier sind noch mal so immer noch mal zwei stück mit dann haben wir zehn davon und das gebe ich jetzt einfach mal wenn sie das gebe ich jetzt einfach mal wenn sie und dann gucken wir mal ob das ob das die quest erfüllt oder nicht ich bin sehr 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 gespannt ob das hinhaut guck mal auf dem pc browser vielleicht findest du da war es also wow wo ist sie denn das ist denn hier los eigentlich warum hat er hier so einen wecker wenn ist sie grüßig hast du meine kekse du riechst nicht nach schokolade ich habe die scheiße das ist doch gar nicht ich weiß nicht wo ich die jetzt habe ich hier ganz viel was mit dem eigentlich hey du brauchst nicht mehr suchen ich habe selbst erledigt alles klar derzeit knüppel wieder gefunden hat das natürlich echt doof ich finde diesen knüppel nicht mehr diese keks kannst du keine backen geht nicht zählen durchsuchen und die gefangenen überhaupt nicht dass die kekse haben ich habe noch nie ich habe schon so viele durchsucht ich habe noch nie ein keks gesehen irgendwo weißt du im tv-raum eventuell was ist denn das ein creepy sound alter aber ultra die ne ultra hat die wir gucken mal kurz ist das ein entwickler interview oder was ich weiß es ehrlich gesagt nicht ja das können wir noch mal versuchen wir können mal versuchen alle zu durchsuchen aber erst mal müssen wir hier ein bisschen pumpen leute wir sind da schreck ihn warte mal gibt es ja auch eine küche ist hier ein automat kühlschrank können wir nicht reingucken out of order klo ist leider kaputt ein kleider raum da war schon mal da ist nix laufen wir in die falsche richtung müssen wir denn hin hier lang ja gefängnis kann schon echt hier ist noch ein automat würziges fleisch zigaretten auch nicht schlecht power balls ist das sind das cookies power balls glaube nicht ne glaube nicht durchsuchungsraum okay wir liefern noch mal pakete aus so okay die zeit wird gestoppt leute wir müssen wieder drei pakete ausliefern sehr sehr schwierig oh sheriff viel dank für den follow herzlich willkommen ich muss paket ausliefern kann schnell noch so decklicht eins wir dürfen nicht so lange mit den quatschen sonst verdienen wir hier natürlich ordentlich zeit wir haben oben noch eine minute um zwei pakete aber die stehen zum glück direkt nebeneinander oder richtig gut wachzimmer so hier cookies paket paket meine ich und du auch noch sehr schön sehr schön sehr schön hallo bommel und hallo meiv moin meiv schön schön dass du wieder da bist wie geht's und sheriff herzlichen dank nochmal so jetzt haben wir jetzt sind wir nicht mehr im stress jetzt sind wir nicht mehr im stress duschzeit wir sollen in die duschkabine ich hoffe ich bekomme da jetzt kein kein strike von twitch ne ich hoffe man sieht da keine lümmel rumschwingen gleich um jottes willen darf ich backseat wegen der cookies ja auf jeden fall auf jeden fall feierhard hau raus auf jeden fall ich bitte drum die cookies können nicht gekauft nur gefunden werden die tat according to the side quest we need to find cookies and not less than ten this item cannot be purchased from the vending machine however cookies can be found when you searching prisoners and their sales they do have legal and illegal contra band and taking cookies will decrease the respect but it's also a rare item ja wow fantasy was hast du mir wieder angetan was hast du mir wieder angetan also cookies können nicht gekauft sondern nur gefunden werden ach du scheiße ist schwer zu finden ich suchte jetzt trotzdem alle ja das darfst du behalten wenn ein gefangener das warten satt hat verpasst er sein du stark oha oh leute was müssen wir jetzt machen weil sie den häftlingen saubere handtücher zu was soll ich denn jetzt machen hier digger bin ich an der reihe du bist an der reihe du bist schon egal ich weiß gar nicht was ich hier machen soll was denn hier schon wieder los eskalation ich auch gleich noch einer auf die mütze leute hier ist was los ne der kommt direkt in knast hier kein verlassen der zelle ja scheiße ne weißt du den heftigen saubere handtücher was muss ich denn jetzt machen hier digger rechts von mir hier sind handtücher aber ich kann hier gar nichts machen leute soll ich jetzt selber duschen gehen hier sind quietscher noch ach hier ach guck mal so also erstmal du hier bitteschön so 12 so funktioniert das leute und die nummer drei die hälfte war jetzt gar nicht duschen okay das günter kater muss jetzt mal putzen geht alles klar günny mach's gut so die sind jetzt duschen oder ja duschzeit dauert ein bisschen weil sie zum glück keine lümmel die stinken nun ja das richtig kannst du nix machen ne ach guck mal er kommt wieder sehr gut sehr sind die fertig jetzt hier leute auch keine freie kabine ich muss jetzt hier kläckige handtücher einsammeln ich weiß gar nicht wo ich das hinschmeißen soll hier ach du hört alles klar da ist ja gut ist ja gut ihr könnt das auch selber reinschmeißen da bin ich eure putzfrau oder was schmeißt doch die handtücher da selber schnell hin nur keine zeit die warten schon alle hier so eins oh party kriegt auf jeden fall ein handtuch der haut uns sonst in die fresse und metal k darf auch duschen gehen junge 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 wir sollten vielleicht mehr duschen irgendwie uns holen wir sollten uns vielleicht einfach mehr duschen gönnen das machen wir jetzt nächstes upgrade wir haben ja wieder bisschen geld verdient ich glaube wir sollten noch mal wir können noch maximal zwei duschen kaufen das mache ich auch ich kaufe gleich noch mal ein paar duschen ja feuchtbar wenn ich sie stinkt wieder so sieht es aus wie im echten leben habe ich nicht gesagt habe ich nicht gesagt so so spaß wenn ich sie weiß oder hier nochmal zack und der letzte kommt auch so hier sind noch ein paar stinkies bitteschön einmal du einmal du erst die roten balken erst die die roten geduldsbalken haben oder gelbe die müssen zuerst duschen gehen viel müssen dann duschen überhaupt 24 in zwölf leute müssen duschen schaffe ich nicht habe ich habe ich leider nicht gedacht ich schaffe es nicht die zeit reicht nicht aus die ich nicht in wir sind oh du simulator lila am kopf grüß dich. Das schaffen wir leider nicht. Keine Chance. Vielleicht können wir die Zeit überziehen. Aufgabe nicht erledigt. So eine Kacke. Ich durchsuche den nochmal. Der hat nix. Dani, warte mal kurz. Powerballs. Oh scheiße, jetzt habe ich die aus Versehen genommen. Jetzt habe ich die Powerballs aus Versehen mitgenommen. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht wegnehmen. Ich wollte dich nur mal kurz durchsuchen. Upsi. Naja, es kann passieren. So, wir laufen jetzt hier nochmal längs. Durchsuchungsraum. Aha, aha. So, ich gehe jetzt mal alle durchsuchen, Leute. Ich gehe jetzt mal alle durchsuchen. Auf dem Hof sind vielleicht noch ein paar Leute. Aber ich gehe erst mal in unseren Zellenblock. Alter, das finde ich ja. Kann ich die auch durchsuchen hier? Ne. Das geht leider nicht. Direktkündigung. Warum? Und wir haben hier noch diese Spezialquest, ne? Du solltest wissen, was im Gange ist. So, was ist denn hier mit dir? Black Panther. Ohne Hammer. Den sichern wir auf jeden Fall. Hammer geht gar nicht. Ist auch alles in Ordnung? Ach, guck mal. Ich habe jetzt den Skill, wenn ich hier so... Ah. Wenn ich so drauf gucke auf das Bett und das ist rot, dann finde ich da auch was. Spritze. Sichern. Alter, wie er das aufschneidet, das Ding. In der Toilette ist auch noch irgendwas, ne? In der Toilette ist auch noch was drin. Da müssen wir nachher nochmal herkommen. Ah, jetzt warte. Jetzt geht er weg. Jetzt können wir das durchsuchen. Was haben wir da schönes drin? Oh, Joins. Ja, die nehme ich mal in meine eigene Hosentasche. So. McFladen durchsuchen wir auch nochmal. Der hat nix. Hier ist auch... Die Leute verstecken überall Sachen hier. Es ist unglaublich. Die Joins aus der Toilette. Direkt in die eigene Hosentasche. Die können wir schön verkaufen an andere Knastis. Ich würde das nicht rauchen unbedingt. Sehr gut, sehr gut. Wie sieht es hier aus? Wie sieht es hier aus? Maria Luna. Was für ein wunderschöner Name. Da hast du aber Glück gehabt. Oh. Hier das Kissen auch noch. Warte mal. Wie können wir das durchsuchen jetzt? Ach, gar nicht, oder? Dankeschön für dein Follow. Hallo. Und Fabi... Fabi haut auch noch Follow raus. Grüße deinen Kaffeebecher. Maria Luna. Vielen, vielen Dank. Und herzlich willkommen. So. Ich muss mal ganz kurz die Zelle durchsuchen. Wie geht's? Wie steht's, Maria? Ah, Drogen. Ja, die steckt man in die eigene Tasche wieder. Die können wir teuer verticken, Leute. Das ist sehr, sehr wichtig. So, die durchsuchen wir auch nochmal. Alter, dieser Schnauzer, ne? Ich finde es immer noch extrem gruselig. Ah, was haben wir denn hier? Das nehmen wir auch mit. Wir kriegen halt unglaublich viel Disrespect, weil wir jetzt hier gerade diese Filzaktion machen. Aber was willst du machen? Wir brauchen Cookies, Leute. Wir brauchen unbedingt diese Cookies. Hier sieht alles gut aus. Ja, Kissen, keine Ahnung. Das ist... Da muss man immer ein bisschen gucken. Ich mach einmal Zellendurchsuchung. So, hier ist alles gut. Oh, 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 oh. Wer wohnt denn hier? Wer wohnt denn hier? Fabi, grüß dich nochmal. Hallo. Oh, Nadeln. Die sichern wir auch. Nadeln müssen gesichert werden. So. Aha. Nadeln und Spritzen, ne? Ist ja klar. Ist ja klar. Alles sichern. Ich glaube auch, dass das vielleicht zum Aufstand führt. So, dann die Kirsche. Wollen wir mal gucken. Hast du irgendwas versteckt hier? Unter dem Klo. Ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen. Unter dem Klo ist was versteckt, Leute. Joins nämlich mitnehmen. Hab ich mir die eigene ins Inventar gesteckt. Man kann die später noch verkaufen. Und dem Wasserhahn hab ich auch noch was gesehen, ne? Der müsste da mal weggehen. Ein Wasserhahn ist auch noch was. Aber guck mal, wie schön die Toiletten jetzt aussehen, ne? Hab ich gut gemacht. Ich bin guter Gefängnisdirektor oder nicht. So, hier ist alles gut. Alles unauffällig soweit. Oh, da ist was. Da ist irgendwas noch. Da ist noch irgendwas. Oh, Joins. Uh. So, den nehmen wir auch noch mit. Haben wir den durchsucht, haben wir den schon. Sehr gut. Wellness. Ja, Wellness ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Das kann sein, hier werden wir wahrscheinlich richtig viel finden. Guck mal, alles rot. Alles rot. Schokolade. Das wär's. Wenn wir den Cookie hätten, hätten wir den Wellness geklaut und ihr dann wieder gegeben, ne? Na gut, hier ist nix. Die Zelle ist nicht belegt. Günter Kater. Geht alles gut aus. Sitzt auf dem Klo. Oh, durchsuchen noch. Durchsuchen noch. Wir werden auch gleich das ganze Zeug, das wir hier den Leuten abgenommen haben und gleich auch nochmal verkaufen. Ja, das ist alles in Ordnung hier. Klo auch. Sehr vorbildlich, aber durchsucht werden muss er natürlich trotzdem noch. Oh, X, Y, Z. Nichts gefunden. Ah, hier ist natürlich... Sag mal, guck mal, hier ist auch sehr bekritzelt, ne? Vielleicht finden wir hier noch Hinweise, Leute. Hinweise auf den Mord eventuell noch. Ne, findest du nicht. Findest keine Hinweise hier, leider. Oh, ne Knossi-Krone, hast du gesehen? Ne Knossi-Krone. So. Hier ist auch noch irgendwas, ey, Leute. Ist das nur am Tasten? Ja, was soll ich machen? Plupp. Okay, alles klar. Ja, wir haben ja noch die Quest, du solltest wissen, was im Gange ist. Aber frag mich nicht, wen ich da, wen ich da fragen kann, ne? Das ist natürlich die... Die große Frage. Der hat nix. Feierlauch. Hat auch keinen Keks, also kannst du vergessen. Ich glaube, das finden wir nie. Und Catley hat auch nix. So, jetzt sind wir einmal durch. Jetzt sind wir einmal durch. Gut. Schade. Können wir die Quest irgendwie abbrechen? Ich will die gar nicht haben, wenn die die ganze Zeit da rumhängt. So, Freizeit ist übersprungen. Freizeit abgeschlossen. Besorgen jetzt den Cookies haben wir leider immer noch nicht. Gehe zum Durchsuchungsraum. Alles klar. Was haben wir heute wieder? Wenn die Clujoints in den Mund stecken. Ja, ich verkaufe die. Ich werde die nicht selber rauchen. Ich verkaufe die einfach an bedürftige Insassen.